Wenn ich selber lachen kann, dann stehe ich in der Realität. Sehr positiv. Vielleicht ganz kurz noch, was finden Sie das Tolle an Innovash? Also mich erfüllte sehr, die Win-Win-Situation ist wirklich bereichernd und ich denke immer wieder, ich bin so glücklich, dass ich bei Innovash gelandet bin, dass ich da mithelfen darf, ja, es erfüllt mich. Und man erlebt wahrscheinlich auch ganz viel. Doch, bei mir ist es auch so und ich habe schon auch, man hat zum Teil ganz interessant unter Bearbeitung, sieben Sachen. Ich kann, als ich das Bild von Bad Stings gesehen habe, ist mir in den Sinn gekommen, dass dieses Orchestrein, das gibt es zweimal pro Jahr, spielen die ein Konzert. Und das sind natürlich Kinder, die spielen noch nicht sehr gut, aber sie, dann ist dann einmal, das war ein dritten Konzert, das ich gehört habe, ist dann, sie hat immer angesagt, was gespielt wird. Und dann haben sie begonnen und ein kleiner Serbe, ein rundlicher Typ, der hat dann seine Violini abgelegt, ist nach vorne gegangen, hat ein afrikanisches Mädchen von der Hand gepackt, das da auf einer Trommel gekrummelt hat und hat mit ihr vorgetanzt. Ganz absolut unvorbereitet haben die getanzt und Sie können sich vorstellen, das Orchester hat dreimal das gleiche Stück spielen müssen und die haben immer wieder andere Verrenkungen gemacht vor dem Traum. Das war großartig. Das war großartig.